einen wunderschönen guten abend zumindest bei uns so haben uns dann heute doch mal wieder dafür entschieden mal wieder ohne motorrad zu fahren das letzte mal war nicht ganz so geil wahrscheinlich wie das dieses war auch nicht besser werden aber wir gucken mal gut ich entschuldige mich schon mal im voraus für wie im letzten video für alle ktm fahrer ich will dieses motorrad nicht schlecht dastehen lassen erstellst du denn das soja kann ich tun muss ich ja wahrscheinlich auf mehr spieler gehen der logisch so spieler stellen ja jetzt muss ich natürlich gucken das habe ich noch nie gemacht einzel event meisterschaft einzelne wenden ok klasse ja da kenne ich mir jetzt nicht aus was ist 450 sx was ist 250 sx west was ist ich habe keine ahnung ja mach ich gern fahrphysik frei unterstützt normal machen wir frei wo es am lustigsten wenn distanz kurz ja noch ein kurzes machen ja obwohl was wir machen ja nur ein ein rennen also nicht kurz ja wirklich mittel sagen oder doch hier machen wir mittel alles klar online strecken online strecken ja nein ich kenne mich damit noch nicht so ganz gut aus nein keine online strecken ich weiß es nicht also online strecken kann man da sind das erstellte strecken von spielern kann man das machen ich habe keine ahnung okay ich mache einfach mal ja mal gucken was dabei rauskommt strecken auswahl abstimmung zufall zufall ist doch lustig ja wir können ja sowieso nicht naja eben wetter auswahl machen wir wetter auswahl auch mal zufall so schwierigkeit gerade ja das lassen wir mal lieber auf leicht den schwierigkeit kollision lassen wir auch an und privates spiel nein das machen wir offen okay da müssen wir mal ein bisschen warten jetzt so jetzt haben wir sozusagen unseren eigenen rauben da jetzt eröffnet ne gewünschen ja ich versuche den mal zu finden warum finde ich den denn nicht ja lobby name leber schaden 92 ja gut ja das sollte ich ja eigentlich wäre warum zum teufel bin ich schon auf level 5 ja wir waren richtig mega scheiße waren wir monty der heilige hatte bist du auch nicht warum finde ich das denn jetzt nicht jetzt kann ich dir nicht sagen aber wir müssen auf jeden fall das nächste mal hintergrundmusik ein wenig leiser stellen merke ich gerade die ausgruppe schon ausgemacht ja warum kann ich das jetzt auch noch eben warte mal ich mache mal auch mal eben hier die audio ein bisschen leiser zumindest menümusik ja die ja so kann man das lassen so kommen dass wir es gefunden wollen aber dann ist nicht dabei ach warte mal muss ich dir eine einladung sind eigentlich muss es ja nicht aber wenn das kannst du kann ich wohl ja dann sind ich dir meine einladung so ich wundert halt nur dass ich das nicht finde na gut war ja offen ja ja habe ich auch offen gemacht muss ich auf options und was irgendwas akzeptieren muss ich dafür ja wahrscheinlich meine einladung ich habe keine ahnung eine an der stelle als die annehmen wollte ach so ok datenschutz erklärung sie stimmt daten zeigt auch gott was muss man denn alles tun weiß nicht ich habe es jetzt einfach gemacht ich will ja und der nächsten monat kommt die rechnung über 2000 euro ja genau da ist die bürger baller oder wir irgendeinen bekannten spieler hat man da auch mal versucht die vertragte und echt weiß ich gar nicht unterschreiben lassen ja und jetzt wir müssen einfach warten bis irgendwer reinkommt oder wie läuft das jetzt ab soweit ich das weiß oder muss ich jetzt erst noch aufbereiten er auf bereit klick ich ja erst wenn es losgehen soll ich denke auch ok aber hat mir nicht letztes mal auch schon die schwierigkeit dass das eh so lange gedauert hat ich denke auch ja sind wahrscheinlich so viele spielen ja ja gut wir können natürlich einfach gegeneinander fahren aber natürlich schon lustiger mit anderen leuten noch dabei wenn ich jetzt auch jetzt eine gute frage eigentlich sollte es ja funktionieren ja 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 naja ich sag mal wird man mal so fünf minütchen wo wenn er keiner kommt dann fangen einfach alleine an ja ich würde meine kerze anzünden habe ich habe meine letzte gerade ausgemacht schade ja das ist natürlich mega doof gelaufen also richtig doof gelaufen man kann sich natürlich auch eine fanta in der zeit trinken aber leute und fand da scheiße kauft euch mir rinder das schmeckt viel besser ja bin ich auch ja ich weiß nicht vielleicht aber irgendwas falsch gemacht ich weiß es nicht also auf offener bisher eigentlich eingestellt dann ich habe tatsächlich nein ich habe mir gerade mal hier bin mal auf mein profil gegangen okay ich bin noch ein neuling nach neuling kommt tatsächlich muttersöhnchen muttersöhnchen dann aufgehender stern wunderkind das simple leben und vertrauenswürdig und das letzte unterschätzt mich nicht das kann man aber erst ab level 45 freischalten ja gut okay das ende der welt und besiegt haben wir die die mehrspieler statistiken ja gucken wir doch mal einzel events beendet zwei okay stürze ich bin nur zehnmal für schnauze geflogen auch nicht schlecht was im alter was wir haben das ja nur zweimal gespielt ich habe 150 sprünge schon okay okay lange sprung serie habe ich 36 39 ok saubere runden 4 echt am meisten benutztes motorrad ja was denn wohl für ein sehr gut zurückgelegt entfernung 6,5 meilen das hast du da denn das würde mich mal interessiert ich habe das ein kilometer angestellt dass einer meine entspricht ich auch nicht schreibt in die kommentare ach oder muss ich jetzt auf bereit klicken damit überhaupt einer beitreten kann ich weiß es nicht ja sonst fahren wir jetzt einfach zu zweit ja so jetzt kommt bitte warten ja kann ja auch sein dass man das ding jetzt auf bereit machen muss damit überhaupt einer ne angel stadium 2 anahein california ja gut was kann man denn bei den optionen noch einstellen hier one shot ach so da kann man gar nichts einstellen ach so das kann ich gar nicht einstellen ja gut ok was soll dass die mittel fahrer gewicht halbautomatik was hätten das mit dem gewicht zu tun halbaut ok gewichtsverlagerung möchte ich weiß nicht ja ich weiß auch nicht ja gut dann fahren wir jetzt mal zu zweit falls wir irgendwas falsch gemacht haben dass andere spieler schreibt in die kommentare ok die strecke sieht doch eigentlich nach außen 19 für leute die das länger spielen wahrscheinlich schon einfach einer heim haben wir nicht das letzte rin auch in einer heim gemacht vielleicht ist es ja eine bekannte location für sowas bestimmen oder geht schon dass das boxen darum menschlich gesehen ziemlich abstoßen ich weiß gar nicht mehr wie das funktioniert ich glaube einfach auf r2 gas geben und sonst nur lenken ich weiß nicht genau ich habe jetzt das sind ja doch mehrere dabei aber wahrscheinlich kann keine online spieler oder doch das sind online spieler nicht also bis jetzt bin ich noch aus keiner kurve raus geflogen und jetzt liege ich irgendwo raus ok ach ja da war ja was ich höre ich fast gar nicht weil das spiel dingen zu laut eingestellt ist online ja das hätte man vorher auch mal ab ändern können ja wir sind richtige profis sind wir einfach nur es geht aber schon wesentlich besser als letztes mal oder es liegt in der strecke ich habe keine ahnung das wollen wir jetzt gar nicht oh mein gott oh mein gott oh mein gott oh mein gott ja das machen wir alles nur für den lsh die dieses video hier oh scheiß die wand an ich fliege nicht mehr aus den kurven raus jetzt habe ich denn probleme bei den geraden strecken tatsächlich auch das warst du ausschuldigung das wollte ich nicht definitiv nein ja wir sind einfach nur richtig nein es hat er mich überholt hau ab hau ab geh weg scheiße ja ja ich glaube ich werde mal wieder den letzten platz belegen obwohl das gerade echt besser läuft hier mit der ich fliege überhaupt nicht mehr so oft raus oder eine einstellung natürlich auch sei nein er hat mir ist dasselbe passiert wie dir gerade scheiße ich bin immer direkt hinter dir ja jetzt wahrscheinlich jetzt nicht mehr scheiße ja du kannst auf jeden fall schon ein wenig abstand gewinnen hier gerade ach komm ja jetzt hast du mich auf jeden fall abgehängt ach komm 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 ja mist warum gibt es den nikonitro oder so obwohl das in dem spiel wahrscheinlich sehr unvorteilhaft wäre ja ich bin ein richtiger profi ktm fahrer ja hallo ach du bist schon auf der anderen seite ja ok ich weiß ja das online jetzt bin ich ja ok jetzt sind das war es jetzt komplett jetzt bin ich dagegen so ein gegen so ein schild gefahren aber wahrscheinlich dass man beim sprung nicht irgendwelche geilen tricks oder so machen kann das hätte ich mir noch gewünscht irgendwie es tut mir leid wenn ich zwischen die antwort ich verstehe ich wirklich nur ganz ganz schlecht kann man das ja ja vielleicht kann man das aber wie aber wie nein ist mir nicht auch erst mal vom motorrad gefallen auch wenn ich doof auch gott ich werde gleich überrundet ich bin nicht wirklich so schlechter kann man nicht sein wir wurden gibt es immer auf und steht ja der ist neu neu ist mir komplett von der strecke weg gekommen ja jetzt wurde ich auch noch überrundet von von er dann gay ja keine ahnung wie viele runde es gibt gute frage da steht aber auch irgendwie nirgends wohne alles klar wir haben es auch noch auf mittel eingestellt wahrscheinlich geht das jetzt hier so 60 minuten lang oder so keine ahnung ich weiß ja nicht wie lange so ein kurs renn ist schreibt in die kommentare ja da ist einer runter gefallen hat loser ich werde hier sowas von überrundet die ganze zeit kann man hier sein oder fällt aber auch einer runter ok nein jetzt bin ich bin im match ausgerutscht ernsthaft so eine kacke nein 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 meine restzeit ist auf jeden fall eine minuten 14 kann man mal machen ist wahrscheinlich richtig schlecht eine liegt bei einem minuten 9 oh ok b b b b b b